Hallihallo Hallöchen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich mache heute wieder den Erklärbär und ja, ich würde sagen, ich zeige euch heute mal, wie wir jemanden in einen Clan einladen können. Denn bei mir hat das am Anfang irgendwie nicht so wirklich geklappt und ich habe mich alles gefragt, warum geht das denn nicht? Das hat dann im Endeffekt so ausgehend, dass ich vor Holy Diver stand. Er ist auch ein netter YouTuber, da könnt ihr auch gerne mal ein Abo dalassen. Genau, und ich würde sagen, ihr steht jetzt vor dem Charakter und drückt dann die Taste E. Und bei mir passt es dann tatsächlich so aus. Genau, ihr habt das Flackern im Hintergrund gesehen, also hier bei den ganzen Eigens. Das Menü hat versucht, das Clan-Menü aufzumachen, indem man die E-Taste lange gedrückt hält. Aber das funktioniert so nicht, denn wir müssen die Taste I drücken, damit wir ins Inventar kommen. Es muss nicht unbedingt die Taste I sein, es kommt auch darauf an, wie ihr eure Tastenbelegung oder Controller eingestellt habt. Kann es auch durchaus eine andere Taste sein, Hauptsache ihr kommt ins Inventar. Wenn ihr dann im Inventar seid, dann könnt ihr oben rechts den Clan-Kader sehen, also das Clan-Icon. Und im Clan-Kader habt ihr dann die Möglichkeit, euren Clan umzubenennen. Wenn ihr das getan habt, habt ihr noch eine kurze Möglichkeit, die Nachricht des Tages einzugeben. Und unten links sehen wir Clan verlassen, da könnt ihr den Clan wieder verlassen, das braucht ihr nicht klicken. Genau, und jetzt gehen wir wieder zum Charakter und drücken die E-Taste vor eurem Mitspieler, sage ich jetzt einfach mal, random. Und ihr haltet die E-Taste gedrückt. Dann öffnet sich ein neues Fenster und dort steht dann drin, in Clan einladen. In Clan einladen, Holy Diver. Das Ganze aktiviert ihr. Das wird automatisch bestätigt und zack, er ist in eurem Clan Einladung akzeptiert. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Ich glaube, da müsst ihr dann bestimmte F2, F3, F4 oder irgendwelche bestimmte Tasten drücken. Das wird euer Gegenüber aber dann sehen. So, genau, ich kann es euch nochmal zeigen. Ihr geht mit E ins Inventar und schon habt ihr Holy Diver in eurer Gruppe. Habt nochmal die Möglichkeit, eine Nachricht des Tages zu schreiben oder halt eben die Gruppe zu verlassen. Genau, das war es von mir mit diesem Video. Es hat einen Grund, warum ich dieses Video überhaupt gemacht habe. Denn ich habe vor, einen Conan Exile Server aufzumachen. Erstmal mit 10 Slots in Zukunft. Ich habe auch ein aktuelles Live Let's Play Together. Also sprich, ein Let's Play Together mit dem lieben Holy Diver, dem wir hier gegenüber sehen. Das ist aber nicht der eigentliche Charakter, den wir aktuell spielen. Ich will auch nicht spoilern. Wir haben einen separaten Server, auf dem ich und Holy Diver spielen werden für das YouTube Projekt. Und ich werde in Zukunft, das wird aber noch ein bisschen dauern, ein zusätzliches Projekt aufmachen, in dem ich dann die Community mitwirken lassen kann oder wo ihr dann mitspielen dürft. Da gehe ich aber in einem anderen Video nochmal näher drauf ein. Deshalb macht's gut, euer Barul. Ciao.